Willkommen liebe Leute zurück zu einer neuen Sägewerk-Tastischen Folge von Vigor hier in der neuen Saison. So, wir sind jetzt gerade hier schön frisch gespawnt. Jetzt nehmen wir hier erstmal ein bisschen Anfangs-Loot mit und platzieren hier auch erstmal einen Sender. Ich würde sagen, setzen wir einfach mal hier so ein bisschen, nee, von dem Gebüsch hier so. Jawohl. Dann ziehen wir jetzt erstmal unsere kleine Panzerung noch mit an. So. Und dann gehen wir jetzt gleich Richtung Sägewerk. Das ist dann jetzt erstmal unser Ziel. Aber zuvor gucken wir erstmal hier. Jawohl. Chemikalien und Dünger. So gehört sich das doch. So, und dann müssen wir mal noch gucken, wo wir die Kontaktbomben hinlegen. Na ja, weil wir müssen ja Gegner damit ausschalten. Ja. Das ist ja in unseren saisonalen Aufgaben drin. Ja. Ich denke am besten eigentlich beim Sägewerk platzieren. Ich denke, das sollte ein Ort sein, wo mehr hier rumrennen. Oder irgendwie bei einem Gebäudeeingang oder so. Mal gucken. Machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen lang. Ich denke, hier platziere ich dann gleich nochmal so einen Sender. Die eine Aufgabe, die ich ja habe bei den täglichen Aufgaben, ist ja einfach nur 5 Sender platzieren. Aber welche Aufgabe mir wichtiger ist, ist die andere, dass die vorankommt. Und zwar, es müssen Gegner, wenn die einen tragbaren Signaldetektor nutzen, unseren Sender damit ausspüren. Ja. Oh, und sieh an. Moment. Wir haben hier bei uns das mit dem Tresor. Das wusste ich nicht. Dementsprechend müssen wir uns mal noch ein bisschen hier vorbereiten. Ich denke, Autofohlen tun wir uns dann gleich. Ich gucke mal kurz, wer hier bei uns in der Nähe ist. Okay, direkt dort oben links. Dort bei der Hütte. Da müssten wir jetzt schnell das Ganze hier öffnen. Warte, ich meine. Na los, mach das fix auf. Auch zweimal so machen. Komm, geh durch. Ja, da sind wir wieder bei meinem alten Problem. Aber gut. Hauptsache, wir sind jetzt aus dem Herd drin. Ich halte hier ein bisschen den linken Bereich da drüben so im Blick. Und dann hoffen wir mal, dass er jetzt nicht hierher kommt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr still gerade draußen. Das schmeiße ich mal weg. Ich war gerade auch immer überlegen, soll ich vielleicht noch so eine Kontaktbombe hier draußen legen. Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade was gehört habe. Okay, nur das Wichtigste nehmen. Okay, wir sind jetzt ganz schön schwer beladen. Ich glaube, ich platziere hier noch so einen Sender. Wir müssen jetzt erst mal irgendwie ein bisschen weiter vor, denke ich. Ich renne das mal hier raus. Und dann vorne irgendwie beim Sägewerk lang machen, denke ich. Komm, ich will hier durch. Ja, hier komme ich nicht durch. So ein kleiner Hängen-Moment ist natürlich hier blöder. Vor allem in so einer Situation, wo ich auch noch ein bisschen langsamer jetzt bin. Hier müssen wir jetzt auffassen, dass es nicht von dem Gebäude aus anfeuert. Deswegen erstmal vorsichtig, denke ich, die Fenster hier ein bisschen beobachten. Das sieht so weit eigentlich gut aus, zumindest die oberen dort. Also ich sehe eigentlich nirgendwo Bewegung. Der Renner ist so ein Stück weiter. Jetzt das hier erstmal noch looten, so. Ich denke, dort hinten dann durchkrabbeln oder so an dieser einen Stelle. Mal gucken. Wir platzieren jetzt erstmal hier noch so einen Sender. Dort können wir uns nochmal Nahrung holen. Komm, weiter, weiter, weiter. Jawohl, mein Sender wurde entdeckt von jemandem, der einen Signaldetektor benutzt hat. Dementsprechend muss es aber auch heißen, hier ist jemand in der Nähe. Ja. Weil meine Signaldetektoren sind auch alle hier in der Umgebung. Lauf hier hinten fix erstmal lang. Mal los. Na gut, die Idee wäre es vielleicht noch, das MG wegzuschmeißen. Moment, das können wir hier reinlegen, in das Gebüsch. So. Oh. Das legen wir hier. Das kann weg. Das kann weg. Kurz weg gucken und jetzt hier um die Ecke rum. Lauf, 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 lauf. Wir machen vielleicht erstmal hier einen Zwischenstopp in der Hütte. Mal gucken. Na ja, kommt ganz kurz, dass wir hier rasten. Ja, das Schwere ist halt hier gerade das MG. Das merkt man schon, das Ding ist eine ordentliche Last. Wir können das natürlich auch wegschmeißen. Wo kommt denn eigentlich der Abwurf? Auch hier in dem Bereich, wo wir sind. Wäre auch eine Idee, jetzt noch zum Signaldetektor zu machen. Dann könnten wir sehen, wo wir die anderen sind. Ob ich mal so viel bringen würde, muss ich eh nicht mehr, weil ich will eigentlich dann eh gleich weg. Dann renne ich jetzt hier drüben links lang. Und gucke dann bei diesem einen unteren Bereich, denke ich, nochmal vorbei. Dort, wie der Dünger liegt. Na, komm, liegt dir das? Jawoll. Der Ort wurde diesmal wieder übersehen. Das gefällt mir. Oh, jetzt muss man schnell machen. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Ich denke, wir laufen hier an der Seite von der Klippe entlang. Dann haben wir ein bisschen mehr Deckung. Da oben hätten wir noch ein paar Autos zum Plündern. Aber wir sind eigentlich voll. Also wir sind wirklich eigentlich gut gefüllt. Dann bringen wir jetzt das Zeug einfach nur noch in Sicherheit hier. Andererseits, hier kommen gerade keine Vögel. Wir können das eine Auto dort hinten noch looten vielleicht. Komm, 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 komm. Ah, wow, ich konnte es eh nicht mehr mitnehmen. Okay. Ja, also hätte es sich eh nicht noch gelohnt, die anderen hinten zu looten. Höchstens hätte ich noch die Alarmfalle wegschmeißen können. Das wäre sonst noch eine Möglichkeit gewesen. Gut, jetzt sind wir hier im zweiten Match. Auf der gleichen Karte wieder. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall sehr in der Nähe hier von dem Radarteil. Da gehen wir deswegen jetzt auch hin. So. Da hinten haben wir es auch schon. Dann gucken wir mal, was sich hier jetzt finden lässt. Erstmal nutzen wir aber den Radar, würde ich sagen. Okay, keiner ist in meiner Nähe so direkt. Grundsätzlich nicht verkehrt. Nur ist halt hier oben eh nicht viel Loot. Dementsprechend gehe ich dann hier eh gleich weiter. Ein, was würde mir aber einfallen, was wir hier machen könnten, ja, könnten. Ich habe das nicht mehr gemacht seit dem Beginn des Spiels, seitdem das Spiel rauskam. Hier ran, an diese Kiste. Ich weiß auch im Ernst ist dann gar nicht mehr, wie das richtig funktioniert hat. Okay, einfach alle Schlösser knacken, oder das? Okay. Das mit diesem Ding hier habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, wir sind schon drin. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Moment. Das Gewehr hier muss weg. Ich will die Barry haben. Das ist ja das neue Gewehr. Ach, wow, die Barry zählt hier als sowas. Okay, wusste ich nicht. Okay, also der Loot ist schon mal großartig. Den wir jetzt hier haben. Ich lege das mal hier. Weil ich weiß, es besteht eine kleine Hoffnung, dass dort noch mal einer lang geht. Okay, einer ist jetzt hier in meiner Umgebung. Das Sägewerk war grundsätzlich nicht so viel mehr jetzt los. Ich denke aber, wir machen diesmal hier oben lang. Mit dem Haus dort die Umgebung machen wir diesmal unsicher. Davor könnten wir ja hier oben links nochmal in den Wald gehen. Weil da war ja auch noch ein kleiner Bereich mit ein bisschen Loot. Hier können wir auch nochmal ein bisschen unser Glück versuchen. Dann sind wir halt einfach diesmal ein bisschen mehr außerhalb hier unterwegs. What? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Moment, dann lade ich mal kurz die Waffen nach. Dann ist wieder ein bisschen mehr Platz auch so da. Los, lad das Zeug durch. Gut, und die übrig gebliebenen Munition müssen wir weghauen. Sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Ja, ein paar Metallteile. Jetzt habe ich wieder Müll mitgenommen. Weil ich immer sofort alles einsack, wenn ich was vor mir habe hier an Loot. Gut. Das Einzige, worum ich mir eigentlich Sorgen machen muss, ist der eine Spieler, der hier in der Umgebung war. Der war ja hier vorne. Ah, schade. Da hat er mich erwischt. Dann hat er mich wahrscheinlich vorhin gehört, wo ich dort hochgegangen bin, mit dem Zaun und so, wo ich dort rüber gestiegen bin. Schade, hat er mich jetzt erwischt. Und immerhin habe ich die Aufgabe, auch wenn der Besender noch erledigt. Auch wenn ich gestehen muss, ich hätte gerne die Barry zu Hause abgeliefert. Und auch so diese Teile, die wir aus dem großen Kistenteil hatten, also aus dem Container, hätte ich sehr gerne abgeliefert. Aber ich muss auch mal ganz kurz gucken. Mit diesem Container haben wir, glaube ich, auch eine Aufgabe. Kann das sein? Ich will mal ganz kurz was gucken. Ja, finde ich jetzt nicht. Aber ich dachte eigentlich, wir haben auch noch eine Aufgabe mit dem Container, dass wir den mehrere Male in dieser Season öffnen sollen. Ja, aber gut. Die Runde hat mir trotzdem gerade gut gefallen und Holzblock Upgrade, wer eine Überlegung eigentlich hat. Dann ist mein ganzer Draht wieder leer. Das ist das Blöde. Da warten wir, denke ich, noch. Hier haben wir ja schon so ein paar Kisten wieder zusammen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall dann bald wieder freuen auf ein Opening, wo wir viele Kisten öffnen. Und ja, hier kriegen wir ja dann jetzt auch bald wieder welche. Dementsprechend, Leute, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle dann jetzt einfach Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder ein klein wenig unterhalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um das Projekt ein wenig zu unterstützen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.